UNTERTITELUNG eine gute Poging und ein schitterender Goal von Dominique Bluffer. Die Anlage ist gut. Svenja Urut, 2-0. Direkt abgenommen. Es ist dieser zweite Ball gewesen. 58. min. Svenja Urut. Er kommt aus der Distanz und das ist das 1-0. Onde não houve. E agora pode sair o gol. Sobre 3 para 2. Pode ir para o remate. O remate e o golo. Marca Harder. O remate não sai tão bem colocado por isso. Mas sai o suficiente para Alexander ir ao fundo das redes. Buscar a bola pela primeira vez. À passagem do minuto 15. Mais um golo de Harder nesta Liga dos Canais. Na maneira curta para o remate do Harder. Sai o remate. E é o golo. 4-0. Marca Harder. Também avançada. Dinamarquesa a faturar e a bizarro. Dois golves para Harder. Dois golves para... Let's do it! Ich mach mal Herzchen. Für die Sekunde. Die Wölferin gleich ein. Eva Paior und Tor! 19 Sekunden gespielt. Und da steht 0-3. Neto. Und das ist ein starker... Ein richtig starker... Ein richtig starker... Und das klingeltes... Zum... Ja, der nächste Distanzkracher. Ach, hör doch. Die 1. Mal. Und wieder ist es... Dana Dickenmeister. Das war bereits... 1-2. Keine mehr da. Paior allein. Der Beryl Stein. Bei Eda Paior. Oha! 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 Oh! Oha! 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 Ooha! First Ae gathered shot! Ah! Oh my goodness! Man! It.. is... Er... Und wieder hat's nicht geklappt. Und was? Oh, schieß den rein. Es ist unfassbar. 39. Minute. Drenn ist er. Also das kam mir jetzt gerade richtig überraschend. 2-0, 18. Schön, dass man leider nicht zum Traum besetzt. Nachschuss ist aber gut. Wahnsinn. 25. Minute der Ausgleich. Post-Wendel. Nächste Start. Aber wer war's? Platzwein. Spielerin ist er. 3-0. Ein Tor von Jadim. Zentrum. Rot und der ist drin. Und Wolfsburg hat das 2-0 zur Pause. Das wird man natürlich vermeiden. Raumstab für die Wölfinnen. Ah, gut gelöst da wieder. Svenja Hut. Und das 3-0. 32. Spielminute. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Erstmal die Jungs dort hier in Aussichtsreiseposition. Und der ist drin. Abgeblockt. Und dann ist er drin. Abgefälscht. Der Schuss kam von Claudia Neto. das 0-3.